Die erste Stufe, um den Feinstaubausstoß zu senken, ist die Pflicht der Umweltplakette. Sie gilt seit dem 01.01.2008. Damit sind Hannover und Berlin die ersten. 50 Quadratkilometer groß ist sie und umfasst große Teile der Stadt. Ca. 218.000 Leute leben in der Umweltzone. Die zweite Stufe gilt seit dem 01.01.2009 und sagt das Fahrverbot für Fahrzeuge mit der roten Plakette. Doch der ADAC bekräftigt seine Bedenken und will klagen. Die dritte und letzte Stufe ist das Fahrverbot für Fahrzeuge mit der gelben Plakette. Dies sollte seit dem 01.01.2010 gelten. Ob und wann dies durchgesetzt wird, ist noch offen.